Ich liebe Puppertal, weil es grün ist, weil es eine besondere Stadt ist, die nicht angibt, aber ganz viele zum Teil versteckte Reize hat. Weil es sehr viele kritische, sehr viele kulturell aktive Leute gibt, weil es viele Menschen gibt, die zusammenhalten und welche, die nicht meckern, aber das gehört dazu.